Die ideenreiche Einhänge-Bogenleiter ist mehr als nur eine Aufstiegshilfe. Was man damit alles machen kann, sehen Sie selbst. Übung 1 – Balancieren Das Bogenleiter-1x1 beginnt mit dem einfachen Darüberbalancieren. Die Kinder machen sich so in sicherer Höhe mit dem Gerät vertraut. Übung 2 – Schlängeln Wer biegsam genug ist, schlängelt sich zwischen den Sprossen durch. Sie werden merken, wie jedes Kind für jede Übung seine eigene Technik entwickelt. Übung 3 – Wippen Legt man die Leiter andersherum auf einen festen Untergrund, dient sie als Wippe. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase wurden unsere Jungs gleich mutig. Diese Übung schult das Gleichgewicht. Übung 4 – Schwingen Jetzt wird's etwas schwieriger. Die Leiter hängt an den Enden in vier Turnringen. Dann beginnt das Vorwärtstasten und Hangeln. Durch die Ringe bekommt die Leiter noch etwas Schwung. Dann sind Gleichgewichtssinn und Mut gefragt. Zum Schluss wird das Ganze zu einer Riesenschaukel. Die Kinder erfahren hier für sich neue Grenzen. Übung 5 – Darüberklettern Die Bogenleiter dient auch als perfekte Ergänzung in einem Parcours. Rauf geht es über eine Bank. Dann balanciert man über die Leiter, die jetzt recht hoch ist. Und runter kommt man wieder mit dem Wehrfritz-Sprungstab. Die weichen Matten sorgen dafür, dass den mutigen Turnern nichts passieren kann. Dann macht es richtig Spaß. Übung 6 – Rollen Stellt man das untere Ende der Leiter auf zwei Rollbretter, dann kann man daraus einen super Leiterwagen machen. Gegenseitiges Vertrauen, genügend Kraft und Balance sind hier gefragt. Und dann gilt natürlich, je schneller, desto besser. Übung 7 – Erklimmen Bis in den Himmel hoch. Kein Problem mit der Himmelsleiter. Eine zirkusreife Nummer. Alle halten gemeinsam fest und eine mutige Artistin erklimmt sie. Sprosse für Sprosse. Und auf der anderen Seite geht es wieder runter. Ein Meisterstück des Einander-Vertrauens. Übung 8 – Ausgleichen Zu zweit ins Gleichgewicht gelangen – eine schwierige Übung. Der ganze Körper muss mithelfen. Das macht nicht nur Spaß, sondern trainiert auch die Muskulatur im ganzen Körper. Und wie schön ist das Gefühl, es geschafft zu haben, für einige kurze Momente zusammen frei zu stehen. Stabil und durchdacht ist unsere Einhängebogenleiter. Sie wird die Kinder anregen, noch weitere Möglichkeiten damit zu entdecken und den Himmel zu erklimmen. Dasselbe Musik biết über